Liebe Katago, liebe Malibu-Freunde, liebe Reisemobil-Freunde, was hatten wir dieses Jahr nicht schon alles für Editionen? Der ist übrigens verkauft. Wir hatten die Spring Edition, die hat richtig gut gezündet. Übrigens, der ist auch verkauft. Dann hatten wir nach der Spring Edition die EM Edition, der ist übrigens auch verkauft. Auch die hat gut gezündet. Übrigens, da hinten die Malibus sind auch verkauft. Nach der EM Edition kam natürlich unser mega toller Mega Sale. Ist übrigens auch verkauft. Der Mega Sale, der hat wirklich alles gerettet. Da hinten, der ist auch verkauft. Hier vorne, der hier, auch verkauft. Cetora 145. Wir haben wirklich abverkauft, dass der Arzt kam. Hier war was los. Ganze Busladungen kamen an. Übrigens, auch verkauft. Aber nach der Edition ist vor der Edition. Der ist übrigens auch verkauft. Deswegen habe ich mir vorgenommen, euch hier nochmal ein kleines Reminder reinzustellen. Ihr habt nur noch 10 Tage Zeit. Am 17.8. endet die Aktion. Der ist übrigens auch verkauft. Endet die Aktion und dann gibt es keine Schnäppchen mehr. Ich verspreche euch, das, was jetzt hier gerade abgeht, hat es noch niemals gegeben und wird es nie mehr geben. Der ist übrigens auch verkauft. Deswegen an alle Schnäppchenjäger, ran in den Rechner, rauf zu Mareinkarawaning, www.kartago-center.de. Hier das Auto vom Sven Herzog. Auch verkauft. Einige Fahrzeuge habe ich noch. Es gibt noch das eine oder andere, was hier steht. Ich habe hier noch ein paar Verkaufsschilder für euch in der Hand. Wo ich dieses Verkaufsschild oder dieses Verkaufsschild reinige, in welches Auto, das entscheidet ihr. Also, wie schon gesagt, www.kartago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Mareinkarawaning gibt es weitere Informationen zu unseren Schnäppchen. Es sind noch ein paar Dinger da, aber die Aktion, die hat sich mal richtig gelohnt. Jetzt ran an die Schnäppchen. Tschüss, Ihr Andreas Marein.